Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich liebe dich. Das sind Bilder aus Lettland. Mutter, warum hast du gesagt, es gäbe keine Fotos? Wir gehen nach Deutschland. Ist alles vorbereitet. Ich kann nicht, verzeih mir, Margot. Ein verheirateter Mann gehört zu seiner Frau. Warum hast du sie geheiratet? Ein Mann gehört zu seiner Frau. Es ist, als müsste sie irgendwas loswerden. Etwas, das sie schrecklich quält. Verdienen Sie sich! Das bist du, Mutter. Die Linke. Es ist gut. Hat dich nicht verdient, Marga. Das macht nichts. Ich bin die größte Liebende der Welt. Ich bin die größte Liebende der Welt. Ich bin die größte Liebende der Welt.